Aufgrund des heutigen Anlasses wäre es cool, wenn du ein Lied spielst, was perfekt unsere Seele widerspiegelt. Ein Lied spielen, was... Spiel einfach aus der Seele. Einfach aus der Seele? Natürlich. Okay. Ich wusste irgendwie, dass das kommt. Oh yeah, es ist der Seelensong. Ey, was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Lee. Und willkommen zum eigentlich ganz späten Podcast. Genau, den wir recht spät aufnehmen. Weshalb wir vielleicht auch ein bisschen müde aussehen oder so. Also ich sehe, glaube ich, in jeder Podcast-Folge müde aus. Aber es ist jetzt nochmal ein Mühe mehr als sonst. Ich weiß nicht, wie sich das dann verrechnet. Wie die Müdigkeit sich verrechnet? Genau, weil wir sehen ja sonst schon so aus. Und jetzt nochmal so ein bisschen später. Wird das einfach addiert oder multipliziert, dividiert? Weißt du, was ich meine? Dividiert wahrscheinlich nicht. Vielleicht, wenn es eine kleinere Zahl als Eins ist. Okay. Dann könnte man es ja auch dividieren. Aber weißt du, was krass ist? Was ist krass? Also einiges weiß ich, was krass ist. Okay. Michael Jackson, Tupac, Kendrick Lamar. Ja, cool. Dann haben wir das ja geklärt. Nice. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ja, eigentlich schon. Ich muss dann eigentlich den Satz gar nicht mehr weiterführen. Okay. Ich will auch sehr gerne wissen, was noch krass und cool ist. Was noch krass und cool ist? Achso, das trifft dann nicht mehr auf meins zu. Achso, ja, scheiße. Was trifft denn bei dir zu? Ne, ich wollte nur sagen, du kennst doch bestimmt dieses Phänomen, wenn du aufwachst und du einfach so 20 Jahre älter aussiehst, als du normalerweise bist. Bei mir ist es so, wenn ich, also, okay, du hast so gelacht, als ob du es nicht nachvollziehen kannst. Jetzt fühle ich mich ein bisschen alleingelassen. Aber ich bin... Ich kann was anderes dafür. Na, bei mir ist es so, wenn ich aufwache, okay, erstens mal, ist es bei dir auch so, dass wenn du morgens aufwachst, dass der Geschmack in deinem Mund dem eines Friedhofs gleicht. Also, ich habe noch nie an einem Friedhof geleckt. Ich hoffe, die wenigsten Menschen haben das getan. Das habe ich auch. Ne, habe ich auch nicht. Aber wenn ich es tun würde, würde es schmecken wie mein Morgenmund. Verstehe. Ich habe noch nie so genau darüber nachgedacht. Wie schmeckt denn dein Mund am Morgen? Also, ich mache keine so Abstrichprobe, die ich dann nachher nochmal so neutral abschmecke. Ich auch nicht. Da kannst du doch gar nicht wissen. Das ist so... Also, weil wenn du einen Geschmack hast, dann schmeckst du den doch eigentlich gar nicht, oder? Weil das ist das nicht so wie beim Geruch. Wenn du mal so ein bisschen Swiss Beats gerade bist... Damit meint er, verschwitzt? Genau. Nicht, wenn ich einfach der amerikanische Producer der Swiss Beats bin. So ganz kurz, aber mal... Oh, it's me, bitches. Also genau, wenn man gerade ein bisschen Swissy ist, dass man das erstmal nicht riecht selber. So ein... Oh, also ich rieche mich manchmal schon sehr. Ja? Und dann bin ich... Also... Aber da ist es auch so, sobald man anfängt, sich selbst zu riechen, ist es so... Oh, wow, ich... Genau. Es gibt's, dieses Stadion gibt's, ja. Aber ich glaube, danach geht's wieder irgendwann wieder in, man riecht sich nie wieder. Ab irgendwann, glaube ich. Ich glaube, das fängt an mit... Du riechst gut? Mhm. Hoffentlich. Okay. Deswegen sagt sich auch hoffentlich. Ja, hoffentlich. Du riechst gut? Dann fängst du langsam an, nicht mehr so nice zu riechen, aber merkst es selber nicht. Mhm. Irgendwann übergrenzt es eine Schwelle, wo du es so selber wieder riechst und dann weißt du, yo, it's serious. Ja. Und ich glaube, dann geht es irgendwann in ein unendliches, ich riech mich nie wieder. Echt? Also, wenn du weiterhin immer zunehmend schlecht riechst. Also an dem... Oder irgendwann gleich bleibst. An dem Stadion war ich noch nie. Ich auch nicht, aber ich stelle mir das so vor. Hm. Weißt du, was ich meine? Ich weiß das... Weil es ist doch komisch, sonst würdest du dich doch dein Leben lang, als ob sich dein Körper so nicht daran gewöhnt. Du musst so dein Leben lang die ganze Zeit dich selber... Das war gerade mein Bruder, der ist einfach so... Der ist gerade einfach so langsam reingekommen, so richtig gruselig geguckt. Du wusstest gerade bestimmt nicht, dass wir so spät Podcasts aufnehmen und hat sich erschreckt. Der dachte einfach, dass wir hier sitzen und reden. Genau. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich dann halt so für ewig immer so deine Nase schreit, so... Yo! Geh mal duschen, Bro! Ich weiß es auch nicht. Also es wäre eigentlich gut. Manchmal vielleicht auch nicht, aber... Ich kann es dir nicht sagen, aber ich weiß zumindest, weil so sind wir darauf gekommen, dass mein Mund halt trotzdem diesen Geschmack morgens hat. Verstehe. Weil ich glaube, das, worauf du hinaus wolltest, war, ist, dass man einen Geschmack im Mund nicht selber schmecken kann. Hm. Das wäre... Das wäre ja nicht wahr. Okay. Aber was wolltest du denn damit sagen? Also ja, dass man gewisse... Gewisse... Den eigenen Geschmack wahrscheinlich nicht schmecken kann. Nicht, dass man nicht schmecken kann. Also würde das bedeuten, dass der Geschmack, den ich morgen schmecke, irgendwas Fernes ist? Irgendwas, was... Irgendwas, was nicht in meinen Mund gehört? Naja, ich meine, weil... Das kann gut sein. Denkst du, unsere Wangen schmecken von innen? Irgendeinen Geschmack haben die bestimmt. So, weißt du, was ich meine? Und schmeckst du das die ganze Zeit? Ach so meinst du das. Okay, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich morgens das schmecke. Das heißt, woher kommt das dann? Vielleicht kommt irgendwer so nachts immer und macht so Friedhof Droplets in deinen Mund rein, so. Friedhof Droplets. Ähm, wäre möglich. Hast du morgens einfach so den schönsten Geruch in deinem Mund? Nein, nein, habe ich nicht. Und du... Schmeckst du das nicht? Hm. Vielleicht habe ich noch nie in dieser Art und Weise darüber nachgegangen. Weißt du, was ich meine? Es ist aus dieser Perspektive betrachtet, weil ich habe nicht an Geschmack oder so gedacht. Sondern an? Weiß ich nicht. Also, ja klar, es ist auf jeden Fall kein, nicht das fresheste Gefühl, auf jeden Fall kein so, wie nachdem du gerade deine Zähne geputzt hast und ich halt einfach... Es ist halt einfach so ein Bedürfnis von, ah, ich muss jetzt irgendwas hier machen. Aber ich habe nicht darauf so... Es kann mal so schlecht riechen, aber ich habe so an Geschmack nicht gedacht. Wow. Vielleicht ist mein Mund einfach was Besonderes. Oder vielleicht sind deine Geschmackssinne was Besonderes. Das kann auch sein. Vielleicht bist du auch besonders. Das werden wir nie herausfinden. Danke. Okay, Mundgeschmack hin oder her? Ich habe eine andere Frage. Okay. Bald ist ja Weihnachten. Äh, relativ. Und wenn du dir ein Geschenk wünschen könntest, was würdest du dir wünschen? Also, wenn ich jetzt spontan entscheiden müsste, dann wahrscheinlich noch einen Werbepartner. Noch einen Werbepartner? Ich meine, wir haben jetzt sehr viele Projekte, die noch anstehen, die wir irgendwie stemmen müssen. Da wäre ein Werbepartner nicht schlecht. Tja, was, wenn ich dir verrate, dass sich die Allianz Autoversicherung dafür entschieden hat, unser Begleiter und Werbepartner für drei weitere Male in diesem Podcast zu sein? Drei weitere Male? Drei weitere Male. Dann feiern wir auch Hanukkah und Kwanzaa. Ganz genau, denn mit der Allianz gäbe es auch keine bösen Überraschungen, wenn man mit dem Auto auf dem Weg zur Familienfeier ist und einen Autoschaden verleidet. Aber was ist, wenn ich etwas mehr will? Kein Problem, denn für all die, die etwas mehr wollen, egal ob vom Leben oder für die Sicherheit ihres Autos oder ihrer selbst, hat die Allianz drei unterschiedlich leistungsstarke Produktlinien, nämlich Smart, Komfort und Premium. Die lässt sich aber jetzt nicht... Ganz genau, individuelle Anpassungen durch Zusatzbausteine, absolut möglich. Haftpflichtschutz? Haftpflichtschutz ab bereits 72 Euro im Jahr. Aber was ist mit Ansprechpartner? Ich meine, okay, lasst mich raten, Allianz-Versicherte bekommen einen persönlichen Ansprechpartner und sind bestens aufgehoben. Ganz genau. Danke, Allianz. Danke dafür, dass ihr unsere Projekte rettet und die Straßen sicherer macht an Weihnachten, Hanukkah und Kwanzaa. Und Szene. Sagen wir das jetzt nach jedem Ad-Read immer? Das machen wir nach jedem Ad-Read. Nee, aber wirklich vielen, vielen Dank, Allianz. Vielen Dank. Und cool, dass ihr uns den Rest des Monats noch begleitet. Jules. Ja, Mann, auf jeden Fall. Also, wir freuen uns wirklich. Und die Zuschauer. Kommentar gelesen, dass die sich auch freuen. Das fand ich echt... Das war mein Weihnachtsgeschenk. Heißt das dann, ich muss dir an Weihnachten nichts mehr holen? Nee, nee, das war mein Weihnachtsgeschenk von den Zuschauern. Ach, verdammt. Die müssen wir nicht holen. Scheiße. Du musst mir noch auf jeden Fall irgendwas holen. Machen wir Jules. So wichteln wir. Jules? Heißt das nicht so? Ich glaube, nein. Ach so, okay. Habe ich einfach irgendwas gerade gesagt? Ich glaube. Heißt das nicht... Ist das nicht ein anderes Begriff für Wichteln? Also, ich kenne Secret Santa zum Beispiel. Mhm. Irgendwas muss es noch mit J geben. Secret Santa? Jingle... Jules Club? Jule Club. Jule Club. Ach so, das habe ich schon mal gehört, ja. Ach so, das heißt Jule Club, nicht Jules Club? Jules Club klingt sowieso so, wo nur reiche Leute rein dürfen. Schau mal, ich habe so ein Problem. Oh oh. Und ich glaube, das ist bei mir eventuell etwas stärker ausgeprägt als bei so manchen anderen. Sicher, dass du das hier im Podcast besprechen willst? Hat sich ein bisschen komischer angehört, als es ist. Mhm. Kennst du das, wenn du so als einziger so ein komplett falsches Weltbild hast? Ja, undauernd. Ach so. Ah, okay. Okay, gut, dann bin ich nicht der Einzige. Also, okay, warte, es kommt wahrscheinlich darauf an, zu welchem Thema? Ja, einfach so immer wieder mal irgendwas und dann so denkst du voll, das sieht die ganze Welt so. Mhm. Und du bist so der Einzige. Hm. Und manchmal hast du Glück, dass es halt nicht rauskommt. Ja. Und manchmal bist du einfach auf einmal so sehr merkwürdig und keiner versteht, warum. So wieder, als du dachtest, das ist Jules und ich Jules hatte. Ich meine, meinetwegen, okay, das zum Beispiel, aber das ist ja jetzt nicht schlimm. Aber es gab auf jeden Fall schon einige Sachen. Weil kennst du das nicht einfach, wenn dir, ja, Wissenslücken einfach so nicht entgehen, sondern kommen. Weil entgehen wäre ja gut. Wenn dir Wissenslücken entgehen, das wäre ja so. Entgehen, dann hast du keine Lücken, ja. Ganz genau. Okay. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. So, und ich glaube, weil ich als junger Kerl so nach Deutschland gekommen bin, habe ich das nochmal so ein bisschen stärker, weil ich so ein paar Jahre verloren habe vielleicht. Also erstens, ich musste so einmal so halt von da nach da und so die Kultur wechseln, wodurch schon mal so in Iran habe ich vieles verpasst, was ein junges Kind hier in Deutschland vielleicht mitbekommen hätte. Ja. Und dann bin ich so nach Deutschland und dann, ähm, Sprachbarriere erst mal. Genau, dann gab es halt lange Zeit eine Sprachbarriere. Das heißt, ich hatte dir ja das neulich mit Ninja erzählt zum Beispiel, mit meinem Sternzeichen, wie ich vor lange dachte. Der Sternzeichen wäre Ninja. Der Ninja. Ich meine. Weil ich die Wörter einfach falsch gelernt hatte. Ja. Weißt du, solche Sachen. Jetzt stell dir mal vor, dass mit zum Beispiel Sternzeichen wird sehr häufig im Alltag gebraucht und dadurch habe ich es halt recht schnell wieder korrigiert bekommen. Und es muss ja auch nicht immer was nur mit der Sprache zu tun haben, aber so, so wie du halt richtig lange irgendwie dachtest, äh, äh, was war das? Ähm, äh, Mutterbrun? Auf jeden. Also erstens, das war nicht richtig lange. Okay. Das, aber, ähm, da war ich recht jung, also, keine Ahnung, sieben oder sowas. Ja, okay. Aber, äh, oder acht oder neun, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall nach Deutschland gezogen wieder, weil ich hatte in Amerika gewohnt. Und meine jüngere Cousine, die aus Deutschland ist, sie hat mir erzählt, dass irgendeine Wurst, ich glaube, welche Wurst waren das? Also Gutfried-Hähnchen. So ne Mettwurst vielleicht oder sowas. Ah, okay. Ach, nicht mal irgendwas mit Hähnchen oder... Nein, also, okay, vielleicht war da Hähnchen drin. Aber sie hat mir gesagt, dass das Muteprunenwurst heißt. Und so, du kommst in ein anderes Land, eine Person, die ihr ganzes Leben schon hier wohnt, sagt dir das? Dann natürlich sagst du, ach so, ja, voll, dann muss es ja so heißen. Hey, ich bin aus Amerika, so, what do you call this? Ich hatte auch für ein bisschen Akzent noch, so ganz leicht. Oh, ja, stimmt, die Zeit muss auch lustig gewesen sein. Ich weiß nur, es gab so ein Video, wo ich meine Oma rufe und immer sagt, Oma, Oma. Aber ja, sie hat mir gesagt, es heißt Muteprunenwurst und ich dachte halt einfach, das heißt so. Und ich habe auch safe später noch so ein paar Mal danach gefragt irgendwie. Stell dir mal vor, so, du bist zum Erwachsenenalter, dann hättest du so einen richtig heftigen Job, der dir wichtig wäre, zum Beispiel so, du wärst so der Assistent von Will Smith gewesen. Immer Will Smith. Ich glaube, aber er würde ja gar nicht wissen, was Muteprunen ist. Ah, stimmt, okay. Du hast ein Meeting mit Angela Merkel. Möchten sie Käse oder Muteprunenwurst? Muteprunen. Sie ist so, sie denkt, es ist sowas richtig Exotisches so. Ja, dann probiere ich doch mal das Muteprunenwurst. Muteprunen. Das ist so heftig. Es hört sich irgendwie an, als wäre da irgendwas von Puten und Huhn mit dabei. Ah, stimmt. So Mett-Pute-Huhn. Ah, wo? Muteprunen. Ja, Mann. Aber zurück zu Aria. Wir wollten gar nicht über meine Bildungslücken reden. Aber bist du der Meinung, du hast das jetzt noch verstärkt? Du weißt ja bei sowas nie, was es ist. Bis es rauskommt, ja. Bis du es ja dann korrigiert hast. Bis es kein Problem mehr ist. Hast du das neulich irgendwann gehabt? Boah, das weiß ich nicht. Also ich glaube, ich habe des Öfteren hier und da mal so kleine Stellschrauben. Und dann, weißt du, dann bist du immer so, vor allem wenn du gerade in der Runde bist, bist du auf einmal ganz kurz, ganz leise. Und verziehst dich so um zwei Schritte so nach hinten und hoffst, dass niemand was gemerkt hat. Aber ja, keine Ahnung. Also es gab auf jeden Fall diverse Fälle. Ich erinnere mich nicht an alle, wo ich aber halt irgendwas einfach nicht gewusst habe so oder komplett falsch gedacht habe, was alle anderen dachten. Ich habe dir jetzt mal, ich habe dir auch mal erzählt, ich gehe jetzt hier nicht näher drauf ein, weil das so ein sehr wunderschön Streitpunkt ist, immer bei sehr vielen Leuten. Aber im Iran wirst du ja auch in der Schule, zumindest als ich halt zur Schule ging, ich glaube das ist gerade immer noch so, bist du halt so brainwashed und mir haben die auch einige Sachen, nicht nur mir halt allen, einige Sachen eingebrainwashed, die ich dann halt noch voll lange dachte, als ich in Deutschland war, aber ohne irgendeine Begründung dachte ich das. Es gab ein Wissen in meinem Kopf, wo ich ganz lange nicht wusste, warum weiß ich das, aber ich wusste, es ist Fakt. Bis ich irgendwann gemerkt habe, irgendwie, stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht, warum denke ich das? Warum denke ich das und warum sieht das, also warum reden nicht alle andere? So offensichtlich darüber, dass es offensichtlich Fakt ist. Und ich glaube, da habe ich dann angefangen zu realisieren, so ein bisschen auch, dass ich mich an die Zeit zurück erinnert und habe dann ganz aufgepasst, was ich sonst noch so für Glaubenssätze mit mir rumtrage, um die so aus dem Zusammenhang, um das so zu eliminieren. Das ist für mich so ein Schock, den ich nie vergesse, weil ich dann auch, ja, ständig denke so, was ist, wenn ich noch irgendwas habe, was komplett falsch ist und ich das irgendwie irgendwo mal aufgeschnappt habe und es nie korrigiert wurde. Ja, voll. Ich weiß nicht, ab wann mein Deutsch gut wurde und ab wann Leuten nicht mehr aufgefallen ist, dass ich ein Frischling bin. Letzte Woche, glaube ich. Letzte Woche. Genau, aber so, ich denke mal, auf jeden Fall so die ersten zwei, drei Jahre wird der Safe so gewesen sein. Ich glaube, wenn man aus einer anderen Sprache und Kultur und einem anderen Background einfach kommt, kommt das wahrscheinlich eher vor. Aber ich glaube, das wird bei jedem so sein. Ja, ja, genau. Dass es irgendwelche Sachen gibt, vor allem die man so als Kind aufgeschnappt hat. Die du nie einfach verbessert bekommen hast. Du denkst einfach, du denkst einfach, das ist so. Zum Beispiel, ich bin auch in Amerika groß geworden und da ist es halt so, du musst morgens immer, wenn du zur Schule gehst, aufstehen, Hand aufs Herz und die Pledge of Allegiance machen, was quasi, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, auch so voll die crazy... In der Schule? Naja, du sagst... Oder zu Hause? Nee, in der Schule. Du musst dann immer zur Flagge schauen und so einmal sagen, wie krass die Flagge ist und wie cool das Land ist. Echt in der Schule? Ja, ja. Also jeder steht auf. Ist das immer noch so? Ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, weil ich schon ein paar Jahre nicht mehr da war, aber ich meine, es ist ja nicht so lange her, dass ich da... Okay, weil diesen Teil hat man nie in den Filmen gesehen. Weißt du, was ich meine? Das macht man jeden Morgen. Also, und ich war ja auf mehreren Schulen, also es ist jetzt nicht nur bei meiner einen Schule so gewesen. Okay, das finde ich jetzt voll krass, weil ich fand das halt auch immer krass, dass es bei uns im Iran so war. Und das ist ja eigentlich sehr gehirnwäschemäßig irgendwie. Ja. Und mir ist das früher überhaupt nicht seltsam vorgekommen. Ich war so, ja, Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. and to the Republic for which it stands. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Musste ich jeden Tag sagen. Also quasi sagen, wie krass die Flagge ist und wie krass das Land ist. Und jeder in Amerika denkt ja auch, Amerika ist das krasseste Land. Es ist das krasseste Land einfach. Und ich selbst war auch früher davon überzeugt. Weil so, ja natürlich, weil alle sagen es ja. Amerika ist einfach, ich glaube, es passt immer wieder, wenn man sagt, das Land der Extrem. Es hat alles im Extrem. Es hat extrem geniale und geile Seiten. Und dann hat es leider extrem beschissene. Beschissene. Ja, voll. Ja, ich, eigentlich genau, das beschreibt es sogar sehr gut. Und, ähm, aber das ist zum Beispiel so eine Sache. Ja, krass. Ich dachte halt auch früher, richtig lange, Amerika ist das beste Land, wo ich jünger war. Ich hab das dann recht schnell dann wieder abgelegt. Ich weiß absolut, was du meinst. Also, ich hab das früher auch so wahrgenommen, dass es eigentlich die meisten so wahrnehmen. Dass Amerika irgendwie das Heftigste ist. Ja, weil die sich auch so branden. Ja, ja. Und da kommt halt auch sehr viel Cooles her. Ja, das stimmt. Und das meiste popkulturell Wichtigste oder Bewegendste kommt oftmals von da. Und dadurch ist es ja auch sehr... Einflussreich. Sehr, sehr einflussreich, genau. Aber, ey, ich find das voll heftig, dass ihr das auch hattet, weil... Das sind ja Affirmationssätze irgendwo am Ende des Tages. Die wissen ganz genau, dass sich Sachen bei Kindern perfekt ins Unterbewusstsein einbrennen. Einbrennen und Fundamente bauen, von denen du später nicht mal weißt, wo die herkommen. Ja. Und wenn du dann nicht mal weißt, wo die herkommen, dann wird's, glaub ich, immer sehr gefährlich. Weil du ja keine Ahnung hast, wo ist der Ursprung hier und dafür. Ja. Und dementsprechend kannst du es nicht zuordnen, bekämpfen oder ändern, sondern nimmst es einfach hin. Und kommst gar nicht auf die Idee, dass da was falsch sein könnte. Wäre ich jetzt nicht weggezogen und hätte das halt nie von außen betrachten können. Crazy, aber du hast es irgendwie nie erzählt. Weil ich glaub, das hatte ich dir schon mal erzählt. Krass, dass du das nie zur Sprache gebracht hast. Also ich hör das von dir auch grad zum ersten Mal. Echt? Ich bin sogar der Meinung, ich hab's dir mal gesagt. Echt? Aber, also wenn nicht, dann weißt du es jetzt. Ja. Aber ja, das... Aber das hätt ich nie gedacht. Ich find's voll krass, dass ich's erst jetzt herausfinde. Also, jetzt auch gar nicht deines Wegen, sondern generell, dass ich... Ich bin ja ziemlich Amerika interessiert, so. Ja, das wird in Filmen irgendwie... Ja, und also, nicht in Filmen, nicht in... Ich hab's nicht mal durch YouTube oder sonst irgendwann. Ja, also... Oder durch andere Menschen. Das ist eigentlich relativ Standard. Also, wie gesagt, also ich war jetzt nicht auf so vielen Schulen, aber ich war auf, keine Ahnung, drei Schulen oder so in Amerika. Ich musste das auf jeder machen. Und das war auch alles in verschiedenen Bundesstaaten und so. Also, ich bin der Meinung, dass es da... Vielleicht hatte ich Pech. Und so. Das sind die einzigen drei Schulen, die das machen. Das wär jetzt kacke. Und das wäre das nächste Ding. Ja. Wo schon wieder so ein... Du warst auf drei Schulen, die zufällig alle drei das hatten. Stimmt. Und denkst dann dein Leben lang, Amerika ist so. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich denke mal sogar, dass es so sein wird, wie du's gesagt hast. Aber rein theoretisch, weil das würde gut zu Amerika passen. Vielleicht, genau, falls es hier Zuschauer gibt, die das wissen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, stimmt. Aber jetzt können wir ja ein paar Leute fragen. Aber ich bin der Meinung, dass es so sein müsste. Ey, und ich weiß nicht, ob du das auch wissen willst, aber falls ihr auch so eine Weltansicht oder was auch immer habt, schreibt sie uns gerne mal vielleicht als Instagram-Direktnachricht, weil sie vielleicht... Vielleicht wollen die das nicht öffentlich schreiben oder so. Mich würde es einfach mal interessieren, gerne was... Wir können auch, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne dazu schreiben. Können wir vielleicht sogar auch mal in einer anderen Folge darüber reden. Das wäre ja sogar sehr interessant. Es gibt auch so eine kleinen Sachen. Also zum Beispiel, mir fällt eins bei dir ein. Die Mehrzahl von Kabel war für dich immer Kabeln? Aber, ja, also wenn es um die deutsche Sprache geht, habe ich mir sehr viele Sachen so... Erschlossen. Irgendwann mal so abgespeichert. Die, glaube ich, dann... Ja, aber ich dachte auch immer Kabeln, Artikeln... Nee, Artikel. Ja, genau. Also, bin ich der Meinung. Vielleicht liege ich auch falsch. Aber ich... Morgen haben wir so eine Massenpanik ausgelöst, wo keiner mehr so darin vertraut, dass er irgendwas weiß. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine Zeit lang... Aber das war auch eher so ein Ding, dass ich mir das erschlossen habe. Das war nicht mal, dass ich das irgendwo aufgeschnappt habe. Ich dachte, Schnitzel... Mhm. Dachte, der Artikel wäre der. Der Schnitzel. Nee. Achso, okay. Dachtest du es auch? Der Schnitzel. Nein, das. Das Schnitzel? Ja, Mann. Ich war auch so... Warte mal. Wie das Schnitzel? Wie das Schnitzel. Ich dachte auch... Ich dachte ganz lange früher... Das ist auch schon ein Jahr her. Kann ich das Schnitzel... Ey, es tut mir leid, Mann. It's the truth. Also, es ist tatsächlich das. Und ich dachte, richtig lange ist es wäre der. Oh, nein. Ach, Mann. Ach, habe ich gerade dein Weltbild zerstört? Ja, nice. Das ist ganz oft so... Eine Sache, die werde ich auch nicht ändern. Das ist mir da egal. Okay. Ist Footage. Leute sagen, das Footage. Aber für mich ist es definitiv und absolut die Footage. Ist es nicht die Footage? Achso, weil es ein Anglizismus ist, theoretisch... Ich glaube, Anglizismen werden nicht immer mit das übersetzt. Es gibt genug Anglizismen, die mit die... Genau, ich wollte gerade sagen, das hat daher keinen Artikel offiziell. Achso, genau. Aber ich bin der Meinung, dass es eventuell vielleicht sogar irgendwo eine festgelegte Sache dafür gibt. Ich hätte auch gedacht, das wäre die Footage, aber... Okay, gut, dann... Sagen Leute das? Aber es sagen auch Leute beispielsweise das Laptop. Wohingegen ich sage der Laptop. Der Laptop? Das ist, glaube ich, falsch, oder? Ich glaube, du bist jemand, der das sagt. Das habe ich schon öfters von dir gehört. Ich glaube, das Laptop. Ja, ich weiß, dass du das glaubst. Habst du gerade gesagt. Er will mich hier gerade schon wieder... Bro, sorry, du hast keine Ahnung. Ich weiß, ich sage die Footage und der Schnitzel, aber es ist das Laptop, du voll die Dirt. Wenn es um Deutsch geht, dann bin ich ja sowieso raus. Ich bin jemand, an dem man sich ein Beispiel jetzt unbedingt nehmen sollte, wenn man gerade nach dem richtigen Artikel sucht oder sowas. Ich glaube, sonst ist mein Deutsch ganz in Ordnung, aber wenn es um Artikel geht, dann Katastrophe. Es ist mir auch bei Footage, gerade weil es ein Anglizismus, Anglizismen ist ja die Mehrzahl, oder? Ja, siehst du. Ein Anglizismus ist... Es sind nicht nur die Artikel. Komm schon, ich wollte gerade so mein Image etablieren als Aria, der ganz okay Deutsch kann. Ich glaube, wir werden auch echt viele Kommentare bekommen zu... Euer Ernst jetzt? Es heißt D-Laptop, ihr Vollidioten. Aber... By the way, Leute, bevor wir zum Ende kommen, es ist schon wieder mal passiert. Wir haben für euch zwei richtig coole Podcast-Folgen aufgenommen. Die wären eigentlich bereits auch schon letzten Sonntag online gekommen. Also falls ihr euch wundert, warum letzten Sonntag nicht online gekommen ist, hier ist der Grund. Salim war wieder zu Besuch und sein Mikrofon war die ganze Zeit aus. Nein. Es war sogar nicht mal aus, es war an, Leute. Wir haben drauf geguckt, aber irgendwie hat die Technik versagt und wir hatten eine leere Tonspur bei Salim. Das heißt, wir haben sehr viel rumprobiert. Es gab noch so richtig schlechten Kameraton. Also weil unsere Kamera hatte nicht mal ein externes Mikrofon drauf. Es war so einfach nur die Kamera. Ja. Sehr, sehr, sehr schlechter Ton. Jay und mein Ton ist halt noch intakt, weil wir ein Mikrofon hatten, was funktioniert hat. Aber jetzt ist halt das Ding, wie ihr letztes Mal halt alle gesagt habt, ey, auch wenn die Tonqualität mal verkackt ist durch so einen Unfall, ladet's bitte hoch. Sind wir gerade trotzdem bemüht, das hochzuladen. Es ist extrem aufwendig, weil wir, ja, aufwendige Audiobearbeitung, aber wir werden das Ganze trotzdem versuchen, zu Sonntag sowohl eine Folge bei uns als auch eine Folge bei Salim hochzuladen. Wollten euch einfach nur mal vorwarnen, dass es vielleicht ein bisschen Ohrenbluten geben könnte. Ja. Das heißt, sorgt für ausreichend Wattestäbchen. Damit ihr den Ton noch besser hören könnt? Nein, damit sie das Blut nachher wegwischen. Ah. Ew. Auf jeden Fall soll das, also das soll jetzt nicht zum Standard werden. Sorry, dass das jetzt so in letzter Zeit. Aber schau mal, wir haben doch aufgeguckt. Ich weiß. Es hat geblinkt, es hat aufgenommen. Wir haben da, ich bin auch der Meinung, wir haben da alles richtig gemacht. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass passiert ist, was passiert ist. Genau, es ist unsere Verantwortung. Ja, aber wir würden uns schlechter fühlen, es nicht hochzuladen. Genau, gerade weil auch Salim da war. Ich glaube, wären wir nur wir beide, hätten wir es vielleicht sogar gekickt. Ja. Aber ja. Genau, wollten wir euch nur Bescheid geben. Ansonsten, falls ihr diesem Podcast noch nicht folgt, folgt diesem Podcast. Genau, und falls ihr das Video noch nicht geliked habt, dann liked es. Genau, folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Wir versuchen gerade Amazon Podcasts. Irgendwie ist das ein bisschen schwierig gerade, aber wir probieren es. Genau, ansonsten folgt uns gerne auf Instagram. Ansonsten würden wir sagen, Haut ihr Reisen, Piesen, and goodnight San Francisco.